Wir werden endlich witzig, Hashtag WWW. Damit hat TwinTV viel Aufsehen erregt. Wir fragten Lachchef Dr. Quink, ist es möglich, dass die neue Show der Twins wirklich lustig wird? In Zusammenarbeit mit hoch dekorierten Lachexperten haben die zwei für ihre Zuschauer ein einzigartiges Humorkonzept erarbeitet. Als lustigstes Brüderpaar in YouTube-Deutschland war es uns eine Herzensangelegenheit, aus den beiden lispelnden Lochidubels, Bennis und Danny, echte Comedians zu machen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe Angst vor den Lachbauchschmerzen, die mir beim Ansehen von Hashtag WWW blühen werden. Schluss mit Plattengags und öden Karlauern. Sieh mal, die Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Vorbei die Zeit der pubertären Seitenhiebe gegen YouTuber-Kollegen. Vloggen? Das ist doch keine Arbeit. Nie mehr neidisches Augenrollen. Zwei Millionen Abonnenten. Dafür? Für... Ja, ja, ja. Beim World Wide Wohnzimmer wird alles anders. Wir garantieren, waschechte Witzigkeit, zwickende Zwerchfellangriffe und scheppernde Schenkelklock wahr. Jungs, es ist soweit. Dankeschön. Für euch. Glückwunsch. Danke, danke, danke. Zeugen sie an euch. Vergebt sich gut. Ja! 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 Die sind lustig. Ja! War schön. Vorher arbeiten wieder. Wir haben genug zu tun! La, 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 la. Jaaaa! Jaaaa! Wenn die Betteleute tanzen, Wackel, Kuba und der Ratzen, Eja, 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 so geht's und geht's, so geht's, Ei, so geht's und geht's, ei, so geht's und geht's, Das Wackelkober und der Anzinn. La 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 la. Ja, ja.